Na, wie geht's dir? Moritz? Hallo? Könnt ihr mich hören? Hallo? Was machst du? Ich werde jetzt gleich einen neuen Weltrekord aufstellen, einem Tauchen, Luft anhalten. Also ich lieg grad in der Badewanne, mein Chat, falls ihr das nicht rafft. Okay. Guten Tag, Chat, wie geht es euch an dem heutigen Tage? Ich lieg gerade in der Badewanne drin und ich werde jetzt hier mit euch einen neuen, ja, einen neuen Rekord aufstellen, im Luft anhalten. Das wird ein ziemlich kurzer Stream. Ich bin schön, dass ihr trotzdem den Weg hier rein gefunden habt. Ganz kurz Smalltalk. Wie findet ihr Waschbär-Babys von der Süßigkeit her? Also wie würdet ihr Waschbär-Babys jetzt einordnen? Wenn 10 super süß ist und 0 gar nicht süß, wo seht ihr so Waschbär-Babys? Ich finde Waschbär-Babys eigentlich ganz okay. Ich würde dem Ganzen jetzt nicht eine 10 geben, Digga. Die sind süß, braucht man nicht drüber quatschen, braucht man nicht drüber streiten. Aber naja, dem würde ich jetzt auch nicht eine 10 geben. Muss jetzt auch nicht sein, Chat. So, ich habe, glaube ich, noch 4% Akku, Chat. Das heißt, wir müssen das jetzt schnell machen, ja? Ich will, dass ihr die Zeit stoppt, okay? Ich halte jetzt gleich die Luft an, werde abtauchen und ihr stoppt die Zeit. Kriegt ihr das hin, ja oder nein? Holt die Stoppuhr raus, Digga. Ich weiß nicht, was mein Rekord ist im Tauchen. Kann ich euch gar nicht sagen, Chat. Ich glaube aber, 2 Minuten habe ich schon mal geschafft, Digga. Also, wenn ich jetzt 2 Minuten on-Stream schaffe, wäre das crazy gut. 2 Minuten on-Stream wären sehr, sehr nice, Digga. Ich muss nur, ich muss nur ganz kurz, Chat, bevor ich das jetzt mache, einmal kurz Zwerchfellübung machen, damit ich den Stickstoff aus meiner Lunge rausbekomme, okay? Okay, Chat. Wen juckt das hier? Naja, hier sind gerade 400 Leute im Stream, die das juckt. Also, ich möchte, dass ihr euch jetzt zusammenreißt. Das ist jetzt eine ernste Sache hier. Kurze Frage an euch. Würdet ihr sagen, das, was ich jetzt gleich hier machen werde in der Badewanne, ist gefährlich? Ja oder nein? Also, ich werde jetzt versuchen, so lange wie möglich die Luft anzuhalten. Und viele Leute haben mir schon gesagt, dass es gefährlich sein kann, dass man da ja ertrinken kann. Jetzt ist das Problem. Was machen wir denn jetzt, Chat, wenn ich ertrink? Aus Versehen, Digga. Was machen wir denn jetzt dann? Was machen wir denn? Wie machen wir das dann? 112? Mhm. Soll ich euch meine Adresse durchgeben und ihr ruft dann einfach den Krankenwagen? Es passen vier Leute auf. Nee, Chat, ihr braucht euch keine Sorgen machen, okay? Ich gehe hier zwar jetzt einmal im Limit, aber ich bin ein erfahrener Taucher. Ich kann das ganz gut einschätzen. Okay, wir starten mit dem ersten Tauchgang. Seid ihr bereit? Hast du dich richtig vorbereitet? Ja, habe ich. Moment, ich muss einmal ganz kurz meine Haare nass machen, Digga. Okay, Haare sind nass. Was? Ich wünsch dir, ihr könntet mich jetzt gerade sehen, Chat. Ich sehe aus, als hätte ich eine Halbglatze, Digga. Okay, es geht los. Ich sage 3, 2, 1, dann tauche ich ab und ihr stoppt die Zeit, okay? Kriegt ihr das hin? Und wenn ich wieder hochtauche, dann sage ich Stopp. Und ich schwöre auf alles, was mir heilig ist, ich betrüge nicht, Chat. Ich bin unter Wasser, okay? Bei 1 fängt ihr an, die Uhr zu stoppen. Also 2 Minuten wäre absolut geisteskrank, Chat. Was kriege ich von euch, wenn ich 2 Minuten schaffe? 2 Minuten wäre crazy, Bruder. 2 Minuten wäre ganz, ganz crazy, Digga. Wenn ich 2 Minuten jetzt hinkriege, dann will ich, dass ihr mich, äh, Meeres-Sponji nennt. Ich bin ja unter Wasser an der Mode. Okay. Ich bin bereit für mein Ziel. 3, 2, 1. Spannende. Zers kurtz. 1. Zers. 1. 2. 2. 3. 5. Stopp, das zählt nicht, ich musste lachen, Digga, ich musste lachen, Chat, ich musste gerade lachen unter Wasser, das zählt nicht, wir machen gleich eine neue Runde, Digga, ich musste lachen, Digga, ich musste gerade lachen, weil ich unter Wasser war und ich mir vorgestellt habe, wie hier gerade Leute vor ihrem Handy sitzen, Digga, mir zu gucken, wie ich sich so eine Scheiße mache. Okay, also, macht euch Gedanken über euer Leben, wir machen eine neue Runde, okay, ich muss nochmal kurz Luft anhalten, aber jetzt ernst, Chat, jetzt ernst, okay, jetzt ernst, ihr seid fucking NPCs, möchte ich mir einmal ganz kurz sagen, ihr seid alles NPCs, mehr Jungfrau Moji, okay, seid ihr bereit mit eurer Stoppuhr? Ich liebe deine Streams, Bremen, wie kann man hier reinkommen und bei so einem Stream sagen, dass man die Streams liebt, das ist einfach nur von Jenseits gut und böse. Ich halte die Luft an, bei 1 stoppt ihr, Chat, ja, bei 1. Ich bin bereit für mein Ziel, mehr Jungfrau, Spaudi. 3, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Stopp, Alter. Stopp, Stopp. Zwei Minuten, Digga. Let's go, dude. Let's fucking go, dude. Zwei Minuten, Elf, Digga. Holy shit. Alter. Bruder. Bruder. Ich sag euch ehrlich, ich hätte noch ein bisschen länger gekonnt, aber ich hatte das Gefühl, dass ich fast ohnmächtig werde. Fake? Ey, Chad, ich schwöre euch, auf alles, was mir heilig ist, ich habe das gerade nicht gefakt. Oh, mir ist noch ein bisschen schwindelig gerade, holy shit. Holy shit. Eins, wenn zwei Minuten elf wirklich strong sind. Und da soll mir keiner mehr sagen, dass ich eine Raucherlunge habe und meine Lunge am Arsch sind, Digga. Äh, ist. Zwei Minuten elf, Digga, für einen normalen Taucher, so wie ich es bin. Da wird geklatscht, Chad. Und das Klatschen, was ihr gerade hört, kommt nicht vor meinen Händen. Spaß, das waren meine Hände. Digga, zwei Minuten elf, wirklich strong. Zwei Minuten elf, wirklich strong, Digga. Hat Spaß gemacht, war eine gute Tauchsession, ehrlich. War eine gute Tauchsession, Digga. Auch GG an euch selbst, dass ihr bei diesem wunderschönen Moment dabei gewesen seid. Sowas hat man nur selten im Leben, wisst ihr, Chad, das sind magische Momente. Fühlt ihr gerade die Magie, wie sie in euch reingeht? War gut. Nächstes Ziel, drei Minuten. Wie lange könnt ihr, wenn ihr mal jetzt ehrlich seid, Chad, wie lange könnt ihr die Luft anhalten? Was ist maximal, was ist Rekord bei euch? Was ist eure längste Zeit, wo ihr die Luft angehalten habt? Eine Minute? Ich glaube, Minute ist so Stani, oder? Minute ist Standard. Ich würde sagen, 1,30 ist schon ganz okay. Zwei ist gut, würde ich sagen. Zwei ist gut. Holy shit, ich glaube, zwei Minuten elf ist mein Rekord. Kann das sein? Drei Minuten elf ist mein Rekord. Naja, gut. Ich würde sagen, der Stream ist jetzt vorbei. Heute ein guter Stream gewesen, Chad. Danke für die ganzen Subs. Danke für die Spenden. Wir sehen uns dann in drei Wochen wieder. Ich wünsche euch einen angenehmen Abend, einen angenehmen Tag. Und ja, Chad. Untertitelung. Untertitelung des ZDF, 2020